Über die Umbenennung des Ohlerich-Speichers an Wismars Hafenspitze wollen die Eigentümer am 14. Mai entscheiden. Der Speicher ist nach dem Nationalsozialisten Paul Ohlerich benannt. Laut SVZ-Recherche hatte Paul Ohlerich sofort nach Hitlers Machtantritt mithilfe der NSDAP die jüdischen Eigentümer Familie Löwenthal aus dem Unternehmen verdrängt. Ab diesem Zeitpunkt hieß der Getreidespeicher Ohlerich-Speicher. Bis heute trägt er diesen Namen. Laut Bürgermeister Thomas Bayer liegt die Umbenennung in den Händen der Eigentümer. Das Gebäude ist im Privatbesitz und hat auch nie der Hansestadt gehört. Insofern ist es auch nicht von Seiten der Stadt möglich, eine Namensänderung zu veranlassen. Am 14. Mai entscheiden die 49 Eigentümer über die Umbenennung.